Wir haben die Karte hierfür nicht, wir kommen nicht weiter. Da dann müssen wir uns für das nächste Mal merken, wenn wir die Karte haben. Na toll. Jetzt besuchen wir die Frage, ob wir uns soweit eher auf der Karte irgendwie markieren können. Na, bleibt er auch, glaube ich, markiert. Ah, okay. Na ja, dann können wir ja noch zur anderen Höhle laufen, da wollten wir ja so oder so hin. Da können wir ja jetzt die Seilbahn benutzen. Jetzt kriegen wir da die Karte. Wir hatten ja geschlafen, also musst du es draußen helfen. Ja, wir haben zweimal geschlafen. Das war jetzt draußen draußen. Hm. Wenn man einmal Pfeile druckt, kriegt man gleich 5. Pfeile gedruckt? Welche war denn jetzt die... Oh, was ist das? Hier sind zwei Viecher, drei Viecher. Ich kann jetzt durch die Lücke quetschen. Der dauert es, glaube ich, ab. Boah, du machst das so schnell. Da kann man ja gar nicht mit reinhacken. Geh, du hast ja gemerkt, was ich jetzt hier. Und dann kommt die Lücke reinhacken. Oh. da war noch einer ist zu den laufen vor weil der hier oben an der ecke war ich bin da ich bin daher da hallo Ah! unter mir sind zwei ist der andere abgehauen sieht so aus ja 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 weit weg ja wo es blitzt das hast du bei dem anderen auf zack hier müssen wir heute stämme in den fluss machen hier habe ich gerade meinen fisch gesehen bringt bloß nicht so viel wenn das ewig weit weg von unserer Basis ist schon dreimal verhungert hier 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 in hier Ich glaube in der Höhle, so für ein Stream ist das in der Höhle auf jeden Fall heller als vom Teil hier draußen. Jetzt recht, wenn man sehr dicht in den engen Bäumen rumrennt, der ist schon artmuster. Aber wie gesagt, ich mach's nachher, wenn wir nachher weiterspielen. Ich denke mal so, wenn wir demnächst ausmachen, so irgendwas zwischen 20, 30 plus minus ein bisschen. Oder 21 Uhr, dann nochmal ein paar Stunden spielen wie gesagt, Frank Zeller. Ist doch die gleiche Höhle wie vorhin. Die haben wir doch den Dings gefunden. Achso. War doch die hier mit der Säure da, oder? Ja, ja, da hast du recht. Da kann ich die Sache. Gut, na dann kann ich ja hier noch ein Dings umsetzen. Ja, jetzt geht's auch. Ob hier die Ecke geht. Kommt das nicht. Bei mir zählt's schon. Auch wenn du nur eine Seite hoch machst, der wird. Achso, okay. Dann kann ich ja erstmal speichern. Okay, der wird gespeichert. Okay. Lappen. 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 Ist gut, und der zog da, oder was? Jep. Da angerutscht. Okay, hier liegen Sachen. Ich würde Jake sagen, Wodka Tieten. Okay. Dann müssen wir wohl ins Wasser. Okay. Oh, cool. Der nimmt die Taucherausrüstung automatisch, wenn ihr ins Wasser geht. Oh nein, ich bin wieder zurück. Bösen. Bin sie gefolgt. Oh fuck, ich bin jetzt schon in irgendeine Höhle getaucht. Glaube ich, oder? Ja. Ich bin in der Mitte, recht in der Mitte runtergetaucht. Da war da eine kleine Nische, da bin ich gerade durch. Und komm. Oh fuck. Oh fuck. Sollen wir die fallen, oder nicht? Äh, ja, hier sind so ein Standard-Mobs. Sechs, sieben Stück. Moment, machen sie noch nichts. Ist wieder aufgetaucht. Ach, im Wasser. Ich glaube, die ertrinken. Ich habe die ertrinken, wenn man sie reinlockt. Also auch wieder ein guter Trick. Mobs ins Wasser locken und ihr... Ah, saufen. Da kommen die nächsten. David, vor dir. Ist hier nicht so. Ja, okay. Wenn David nicht ins Wasser kommt, dann können wir auch zuhauen. Ach so, ihr wollt ihr ins Wasser locken. Naja, das ist halt einfach so, um die alle zu töten. Komm zurück, Paila. Ja, jetzt sind wir alle im Wasser. Ist doch egal. Ich habe Taucherflossen gefunden. Oh, alles. Wo waren jetzt die Flossen? In der Ecke. Ich habe nur einen Nioprenanzug gefunden. Hm, hier waren bei mir eigentlich gerade Taucherflossen. Ich habe nur die Taucherflossen gesehen. Die, die Olle hier gerade genommen. So ist er. Ich habe auch gerade eine gerolten. Nein. Hier ist es fütlich. auch allerdings gibt es dafür eine schnelltaste wo ich rutsche alter verwalter man rutscht eine ganze weile man rutscht und rutscht und rutscht und ich glaube wir sind das ist nicht der anfang rutschpartie ist da noch irgendwas unter wasser ich habe jetzt nicht nachgeguckt hier sind ganz viele kisten zum heilen ich kann nicht mehr fahren die flares gehen nicht mehr jetzt noch moni drin im geoffen fall mit in der kiste okay war der einzige weg gehen wir hier mal weiter war oder müsste kurz essen trinken man einen energie riegel ist und einmal eine tarine macht auch bloß ein viertel ich habe gedacht das reicht für alles und hau hat alter aber die höhle noch so für uns zu bieten ich bin ja gespannt gespannt ich bin ich so bock denn nachher auf den verweiter zu stehen da wird noch einige kommen so hatte ich vor mir sind schätzt und koffer granaten der gegner kommt irgendwas ist rausgeshoppt ich glaube das ist hier alles gut habe ich eingesteckt das wollte ich jetzt nicht es es ich 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 Jusen, komm doch mit nem Bogen nicht so dicht ran, wenn wir da auf die Viecher einhauen, sonst klagen wir dich aus Versehen. Oh nein. Doch, kann ich jetzt nicht mehr. Der hier geht bei mir noch, Leute? Der hier? Der geht bei mir nicht, ne? Doch jetzt auch. Sonst wenn ihr zu viel Rüstung habt, gebt mir gerne welche, ich laufe fast nie mit voller Rüstung rum, weil ich die meisten Schläge einstecke. Ne, ich falle bei mir jetzt auch wieder runter, hab auch keiner mehr bei, da oben fahren. Aber wenn ich über welche überhaupt kriegst du die natürlich. Äh, rechts oder links? Alter, David ist nix, wa? Hier ist so ne Schnurr, irgendwie wird wieder vor, oder? Oder? Oh, oh, oh. Oh, hier sind noch Koffer. Hier ist noch ein Koffer. Ja, wir kommen. Okay. Hätten wir nicht gedacht, bei den anderen Ecken, wo das hier wirklich komplett zu ist, ne? Ja. Flaschen kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Obwohl, hier kann man tauchen. Sind unsere Flaschen. Wollen wir erst tauchen, oder? Na ja, Usen tauch mal vorhin, sag mal was da ist, ob es sich so überhaupt lohnt. Oh ja, hier ist Geld unter Wasser. Okay, ich komm. Wir müssen aber denken, hier oben gab es auch noch einen zweiten Weg. Okay, hier gibt es auch noch mehrere Wege. Ja, ja, aber ich geh jetzt mal hier hoch wegen Luft. Hätte hier runtergetaucht jetzt so? Ja. Und dann rechts. Und jetzt geht's weiter, wie du da kommst. Ja, ich guck mal. Ich lauf mal einmal vor. Mann. Ja, hier kommen Babys. Ähm. Ja, das ist wie im ersten Teil. Die Höhlen sind amok verwinkelt und können zu zwei, drei, vier, fünf, sechs Ausgängen führen. Also dann müssen wir die Übersicht behalten dadurch, dass es keine Karte gibt. Wollen wir trotzdem hier erst mal weiter? Ja. Wir müssen aber denken, dass wir gleich noch mal zurück müssen, falls wir jetzt rauskommen oder an der Sackgasse. Ja. Da steht nicht einer. Alter. Hier sind zwei Koffer. Ja, und eine riesige Höhle, würde ich sagen. Ist auch krass, wie viel Muni wir finden. Wir haben noch keine einzige Waffe gefunden, ne? Also keine Schusswaffe. Hier ist noch ein Koffer. Bei mir ist auch ein Koffer. Wie viel? Wie viel? Wie viel? Bei mir war da nur ein Klebeband drin. Da könnt ihr gucken. Bei mir sind auch nochmal zwei Koffer. Der hatte ein technisches Licht bei. Das ist für eine Waffe. Guck mal her. Hattet ihr auch... Ich habe auch eine Shotgun-Erweiterung bei, die man auf der Shotgun raufmacht, wo die Kugeln dran sind. Hattet ihr das auch schon gefunden? Ne, ich glaube nicht. Oh, danke. Brauchen wir auf jeden Fall. Es gibt noch viele Höhlen. Ah, cool, dass es Attachments gibt für die Waffen und sowas, das finde ich auch ganz praktisch. Ich sollte jedes Spiel wenigstens ein bisschen machen. Weißt du, wo du es vorhin aufgesammelt hast für die Shotgun-Nemer? Ne. Kann ich dir nicht sagen, weil ich es nicht mitbekommen habe. Mir ist es wohl später aufgefallen. Aber es muss irgendwas gewesen sein, was wir jetzt in den letzten Stunden gemacht haben. Deswegen klicke ich immer alle Leichen ab und laufe zu jeder Leiche hin. Aber ich habe vorhin halt nicht aufgepasst. Beine der Heimgänge. Knochenrüstung gibt es auch. Ja, ja. Ja, ja. Oh, die sind offen. Hier waren wir schon. Ja, wir sind irgendwie wieder zurück jetzt. Sind wir irgendwie einmal im Kreis gelaufen, Leute? Ich weiß nicht. Ich kann, also wir können nochmal zurücklaufen und nochmal gucken gehen, aber ich kann es mir sonst gerade auch nicht erklären. Hier ist das Wasser. Genau. Von da sind wir gekommen. Dann müssen wir einmal im Kreis gelaufen sein, aber das ist wichtig. Wir sind ja unten durchgetauchen. Ah, und jetzt sind wir hier oben wieder rausgekommen. Aber da gab es ja noch einen Weg. Ach doch, wir konnten nach rechts und nach links tauchen. Ach ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Dann gleich weiter tauchen. Ich weiß nicht, dass wir hier wieder tauchen. Ne, es war nicht hier. Ne, hier waren wir am Anfang. Hier sind wir doch. Ja, stimmt. Wir müssen also doch wieder in die Richtung, wo wir gerade herkommen. Ja, aber jetzt nochmal laufen. Also ja. Naja, und dann, wenn wir getaucht sind, in die andere Richtung. Und dann müssen wir ja auch noch weiter zurück, weil da war auch noch eine Gabelung, die wir vorhin nicht gemacht haben, oder? Genau, wir kamen von hier hin. Und sind hier hinter gegangen. Hier, David. Also, okay, hier komm ich jetzt nicht hinter. Aber hier. Genau, dann hier direkt. Jetzt konnte man hier nach links. Genau. Ja, hier sind Gegner. Lass erst mal wieder das Wasser laufen. Puh. Oh. 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 Oh, das funktioniert auch ganz gut, würde ich sagen. Auch wieder einen coolen Trick, den wir rausgefunden haben. Heute finden wir echt viel raus. Wird sie mit dem gleichzeitig auseinandernehmen, die Gegner ins Wasser locken. Okay, ist jetzt alle durchgeschneuert. Sonne gelockt. Aber irgendwie wollen die anscheinend nicht. Oh, da kommt er. Na komm. Ja, hier zu mir. Komm her. Das kommt er. Da kommen sie beide. Und die ertrinken auch, oder? Ja, ja. Du bist ja erst bei dir. Pass auf, was machst du denn da? Ach so, ich dachte, es wären alle weg jetzt schon. Hä? Der stand doch die ganze Zeit hier, Digi. Den hab ich nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich dachte, wären alle gerade schon verreckt. Erst drücken, wenn drei ist, Leute. Wenn ihr zwei sagt, das schon drückt, tut's mir leid. Und unter Wasser können wir die nicht auseinandernehmen. Ja, okay. Ja, na ja. Dann lassen wir ja runterrutsch. Na ja, klar. Dann greift zu. Ist ja logisch. Scheiße, Taucherausrüstung ausziehen. Auf die Eier. Ach so, na scheiße. Let's go. Ich weiß, mir leuchtet was. Ja, ich hab ein bisschen was zum Leuchten gemacht. Nee, ist ja anders leuchtet. Babys. Oh, da ist so ein, äh, Zwilling. Was, da rum? Oh, da ist so ein, äh, Zwilling. Oh, hier ist die Schaufel, auf jeden Fall. Oh, kann man weg und machen. Nice, wir haben die Schaufel davon. Hier ist überall noch Muni. In den Kisten. Hallo, das hat... Was ist mir, dass wir mich verzeilen? Passt auf, hier sind nur Babys. Äh, ich, ähm, wollte... Alter, was ist das da hin? Das sieht cool aus, da hinten, ne? Ja, das sieht aus wie so eine Stadt oder so. Wollen wir den einen Dings noch schnetzeln, schnell? Welchen? Den, den hier, der am Boden liegt. Der hat auch noch Pfeile, Jusen. Kannst du doch erst mal die Pfeile rausnehmen. Das ist doch egal. Eins, zwei, drei. Jetzt ist die Frage, müssen wir uns jetzt mit unserem Armbrust und dem Seil da so ein Band rüberschießen, oder können wir hier einfach runter? Aber auf die Gefahr, dass wir nicht wieder zurückkommen. Können wir da nicht entspannt runterlaufen? Aber kommen wir denn überhaupt noch zurück? Ist das nicht. Ich geh runter, Leute. Ne, wir kommen nicht runter. Guck mal. Das ist neu gesperrt. Hier ist eine Alpha-Wand. Oder man muss es halt mit dem Ding machen. Oder es ist eine Alpha-Wand, weil sie das noch nicht fertig geschrieben haben. Das kommt dann erst dazu in den nächsten Monaten. Aber man kommt hier nicht. Wir kommen hier nicht durch. Soll ich mal versuchen mit dem Ding? Ob ich hier so ein Teil darüber an die Betonwand schießen kann? Die da beleuchtet ist? Das kannst du probieren. Ja, mach mal das Viech weg. Ich hab'n Bug. Ich kann meine Hände nicht mehr wegnehmen. Wo waren jetzt die Kanone? Ah, hier oben ist das dran. Ach man, das ist doch Müll. Also sagen wir so, wenn es nur funktioniert, indem man diesen weißen Punkt sieht, dann geht es schon mal nicht. Aber ich kann ja mal schießen. Ne, geht nicht. Ich kann nicht mal schießen. Gut, dann gehen wir zurück. Ich glaube, die Hülle haben wir dann erst mal. Richtig, hier müssen wir erst wieder hin, wenn das irgendwann mal frei gegeben ist. Ja, wir haben ja die Schaufel. Äh, wir haben ja die Schaufel. Genau, die Schaufel auch. Ja, die Schaufel ist ja auch schon mal viel wert. Wenn wir bei der Höhle da wieder rauskommen, wo wir auch vorhin reingekommen sind, kann man ja nochmal buddeln. Ja. Ne, muss gar nicht. Oh geil, David, du schwebst grad über dem Boden und bewegst deine Beine nicht. Ja, ich kann auch nicht ins Inventar. Ich hab'n Bug. Okay, dann müssen wir raus. Nein, nein, ich würde speichern und dann raus. Oh, ich kann mich nicht verteidigen. Ja, einfach durchrennen. Durchrennen. Oh, ich wollte das funktionieren. Oh, unter Wasser ändert sich das irgendwo. Ja. Das ist mir immer. Was ist jetzt noch nicht, ob ich dich sind? Na, jetzt geht's. Das sieht richtig aus. Hier hängen noch überall die Tüten. Oh, hier sind noch die Kicher. Waren wir hier vorhin überhaupt? Also, wenn es wie im ersten Teil ist, glaube ich, spawnen die normalerweise irgendwann nach. Weil da war hier richtig viele sind. Achso, die haben auch noch Gegenstände. Hier sind offene Koffer. Ja, hier war einfach durchrennen. Nee, wir sind viel zu viele. Ja, klau, 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 klau. Ach, nicht die Falle. Äh, hier rechts bist du, ne? Hm. Bin direkt hinter euch. Jetzt läuft so im Kreis, David. Achso, nee, wir müssen hier oben gehen. Oh, hier ist so ein Riesenvieh. Hat einer eine Granate? Granate, Granate, Granate. Kater, ich mach. Oh, kacke, da. Ich hab schon nicht die Pumpe. Was da? Können wir jetzt hier? Ist das ein Riker? Ja, den hat er erst aufgemacht. Oh, nice. Der hat das gerade gesprengt. Alter, kommst du, oder? Jo, jo. Ich schmeiße bloß noch ein paar Granate. Hilfst du mir das auch? Ich hab jetzt schon, glaube ich, seitdem wir spielen, 20 Granaten gefunden. Also, ich hoffe, kann ich die Dinger ja auch mal benutzen. Ja, es war jetzt keine Kritik, aber... Nee, alles gut. Es war jetzt auch nicht böse gemeint, oder so. Können wir weiterlaufen, sonst kommen die Babys. Töde. Was ist das für ein Gang? Der Ego, die waren nach oben. Kommt Babys aus den Wänden. Ich glaube, wir sind jetzt wieder zurück auf... Ja, wir sind zurück auf einen Pfad, den wir schon mal gelaufen sind. Wir sind da... Hier, hier ist der Ausgang. Siehst du? Alter, hat er gleich erkannt, obwohl hier bestimmt fast jeder sagen würde, jede Höhle sieht irgendwie gleich aus. Ist ja auch so. Ja, ist ja auch so, hast ja auch recht. Ja, wir sind da rein, wo wir vorhin mal rein sind. Da, wo der kleine... Kleine See war, nicht da, wo wir buddeln können. Aber ist ja egal. Da, wo wir buddeln können, kommen wir ja auch nochmal vorbei, oder? Oder wehst du zufällig, wenn du jetzt auf die Karte guckst, wo das ist, David? Das war bei dem grünen... Ah, nee, nee. Nee, 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 nee. Das war nicht bei dem grünen. Nee, das löse ich dann ja nicht mehr. Ich kann's auch nicht... Ich kann's auch nicht sagen. Ich würde sagen, das war bei der anderen Höhle irgendwo in der Nähe vom grünen oder so. Aber... Keine Ahnung. Lad schon mal zurück, oder was? Ich weiß bloß nicht, welche Richtung nach Hause ist. Ich glaube es... Das wäre auch noch gut als Symbol, dass man wenigstens auf dem Rand... der das GPS sieht, in welche Richtung man müsste. Na, ich würde bei dem Lila noch mal langlaufen und dann auf dem Weg nach... Also wir laufen da dran vorbei. Also hier hoch, ja. Also hoch und dazu im Helikopter halt wieder. Okay. Da laufen wir an dem Lila nun vorbei. Weil ich glaube, es könnte auch das Lila mehr gewesen sein. Das kann auch sein. Bei den Icons sehe ich auch irgendwie noch nicht durch, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das lernt man ja. Man spielt ja jetzt noch nicht mal 10 Stunden, also... David hat ja jetzt schon seine 15 bis 17 Stunden in dem Game, denke ich mal. Obwohl, ich glaube, 5 Stunden musst du abbrechen. Nee, vorhin, wo wir angefangen haben, hattest du 13,5. Und jetzt spielen wir schon 4 Stunden 30. Ja, dann passt 18, du müsstest jetzt 18 Stunden in dem Game haben. Ja, aber ich bin gestern eingepimpt. Das war... Ich war 4... Ich war 4... Ich hab 4 Stunden gespielt. Bin ich jetzt eigentlich nur alleine losgelaufen, oder? Nee. Ja, das war... Achso... Hier waren noch Viecher. Hier haben wir gerade noch... Wie gesagt, wo ich los bin, war nix. Bin gleich beim Lila nennen. Und ich hör was Piepen. Ja, Piepen, das musst du wie ein Metalldetektor suchen. Ja, genau, das ist diese Münze, die ich meinte. Da musst du irgendwo... Also lass das Handy mal in deiner Hand. Na, mach ich ja. Ach doch, das... Ich glaube, wir kommen jetzt... Das hier ist die Stelle. Jetzt, weil wir die Schaufel haben, werden die Dinger angezeigt und man kann es ausbuddeln. Oder? Die wurden doch schon feuer angezeigt. Ja. Achso. Aber hier geht es wieder runter an dieser Klippe? Vielleicht täuscht mich halt deutlich. Ich kann es euch nicht sagen. Bist doch gar nicht bei dem Ding, Dicker. Ah, na gucken, ob du das Räste lösen kannst, David. Was soll es denn? Achso, es ist oben bei euch? Scheiße. Genau unten gelaufen. Warte, ich komme... Also, ich weiß ja, wie es geht. Aber gucken, ob ihr das Räste lösen könnt. Ja, warte mal. Okay, gut. Hat das schon gelöst, der David. Ist doch jetzt... Ich hab doch gesagt, warte. Ich muss das selber lösen, Junge. Und jetzt habe ich diesen komischen Chip. Und ich weiß nicht, für was der ist. Hast du mir den jetzt weggenommen, oder was? Ja. Warum nimmst du den? Du hast... Ich dachte, du hast ihn schon. Ich dachte, du kannst ihn jetzt auch nehmen. Wir können doch alles dreifach nehmen. Du hast es doch jetzt auch, oder nicht? Achso, ja. Ja, was ist denn jetzt dein Problem, Alter? Ich dachte, du hast meinen jetzt weggenommen. Wo ist hier ein Rätsel? Nein, das hat doch David schon gelöst. David meinte doch gerade, ich kann es nochmal machen. Ja, aber David irrt sich. Kein Stall... Nein, es war einfach nur ein Stall, wo ein Seil rum war. Und ich habe den Messer drüber gehauen. Ah, okay. Na gut. Ey, wie viel Alkohol hier liegt. Und ich kann nichts mehr mitnehmen. Das ist so eine Stimme. Schau mal, ich könnte mir ein paar Mollis machen, oder? Oder ist das überhaupt was zum Mollis machen? Doch, es ist Wodka. Ah, damit können wir uns Dinger setzen. Ah, auf der Karte denn, oder was? Ja. Das ist doch schillig. Achso, dann müssen wir... Ah, okay, dann müssen wir den Pfeilsender da hinlegen. Okay. Aber wo habe ich den jetzt verliebt? Ah, der liegt hier oben links, okay. GPS-Pfeilsender, okay. Da wollen wir trotzdem erstmal nach Hause, dann kannst du es ja machen, Dicker. Aber ich glaube, es wird auch langsam dunkel, oder? Ja. Aber ich sehe die Uhrzeit nicht. Wie gesagt, das wird nicht so detailliert bei mir angezeigt. Im Chat könnte es ja auch noch lesen. Gut, drücken wir aufs M. Ja, aber ich sehe es nicht, Yusen. Guck mal, ein Stream. Kannst du es lesen? Aber du kannst es doch so sehen. 1652 steht bei mir. Nein, Yusen. Dicker, ich kann es nicht lesen. Es war leicht verschwommen bei ihm. Ja, aber da musst du vielleicht DSS-Wang rausnehmen. Aber wo ich es vorhin noch draußen hatte, war es auch so. Egal, was ich bis jetzt gefummelt habe, es ging nicht besser. Ich habe ja Texturen auch komplett voll mit allem. Und hast du nicht gesehen? Aber vielleicht ist das auch einfach bei mir ein Fehler. Gut, Leute, ab nach Hause. Nicht lange Tratsch, einfach. Da wirst du gut lang hier? Ja. Okay. Ich wollte den Wasser einfach. Hey, da ist unsere Girl wieder oben rechts. Kommt her, sie kommt zu dir. Ich würde das auch nicht. Ich habe jetzt auch kein Bock, hier hinterher zu laufen. Sollen sie uns zu Hause besuchen kommen? Dann können wir das ja mal ausprobieren. Ja, genau. Ob wir irgendwas in der Hand drücken können, wo sie sich drüber kreut. Also ich habe sie schon mit einer Knarre in der Hand gesehen. Bei irgendeinem anderen Game, oder was? Das wäre cool, wenn sie uns das geben könnte. Oder meinst du so gesehen, aber jetzt nicht hier bei uns im Spiel? Äh, nee, bei einem Streamer. Ah, okay. Naja, klar. Man kann sie ja in der Hand geben. Ich verstehe halt nur nicht, was da der Zusammenhang ist. Und wenn man ihr das gibt, dann musst du doch mit ihr mitkommen, damit sie dich verteidigt oder so. Sonst macht es doch gar keinen Sinn, ihr eine Shotgun in der Hand zu geben. Na, vielleicht läuft die immer in der Basis herum. Oder so, ja. Ich meine, die ist ja fast egal, wo man auf der Insel langläuft. Man sieht sie ja überall irgendwie mal. Hier konnte ich mal buddeln, glaube ich, ankriegen. Ja, darf ich das machen? Ja, klar. Ich habe schon ausgebuddelt. Ich muss mal gucken, wo ist denn die Schaufel. Rechts. Oh, richtig erklärt. Da. Ach, hier ist mehrere Löscher oder was? Nee. Alter, soll ich dir helfen? Ich weiß ja nicht, also hier wurde es nur angezeigt, aber wie tief ich dafür graben muss. Also man kann hier auf jeden Fall Erde wegnehmen. Alter, ich habe Geld gefunden. Und Todenschön. Ja, hier ist die Kiste. Nice. Ja. Ah, das ist eine Tür. Ja, stimmt. Das ist echt eine... Oh, der erste. Na, mein mal auf das Ding. Ich krieg's nicht auf, oder was? Doch, beim dritten Mal. So, er geht automatisch rein, also... Muss ich mal gucken, Leute. Ich komm mit. Ja, wir sind wieder in einem unterirdischen Gang wie vorhin. Hier sind Kisten. Oh, Nova hat gefurzt. Hä? Ich bin rausgeflogen. Was ist denn? Hä? Ich bin aus dem Loch wieder hochgeschossen worden. Ach so. Weil ich auch ruhig krank bin. Ist das ein Saugroboter oder ist das eine Mine? Das ist ein Saugroboter. Sagt der. Das war seine letzte... Lauf mal bitte drüber. Danke. Kann man... Aber warte mal, den kann man vielleicht kaputt machen, dann kriegt man wieder einen Chip. Okay, der springt kurz nach oben. Alles weg. Ne, hier an der Wand klebt, da David. Da unten, auf der Stufe. Ist überall noch was zu essen und so. Oh. Wieder ein Raum mit 3D-Drucker, Leute. Oh, kann man ja neue Sachen brauchen. Und hier sind Babys. Mal gucken. Hier ist alles voll Fleisch, Essen, Wein. Also der hat's gar nicht schlecht gehabt. Ne, äh, nicht. Neuer Zettel. Uh, ich hab die Keycard. Ja, nice. Obwohl, vielleicht müsst ihr die auch noch mitnehmen. Wo liegt die denn? Hier, hier nehmen wir den Drucker. Ja. Muss kommen. Ja, habe ich Spaß und Schlüsselkarte. Zwei, wo? Ui, im Bad hat er sich umgebracht. Er liegt in der Wanne. Da ist auch die Nut... Ein Buch. Ein Buch liegt neben ihm. Kann man mitnehmen. Und Klamotten. Die liegen links auf dem Schrank bei den Handtüchern, die Klamotten. Das ist ein weißer Anzug, Yusen. Und Yusen wird von irgendwas aufgesnackt, oder wird? Ne. Ich höre, du bist das Vieh kreischen. Ja, war nur ein Baby. Ist so. Hier ist noch eine Zeitung, neben dem Fernseher. Das Musik. Ja, Plattenkabar. Muss hinten noch ins Bad gehen. Nehmen wir Leiche im Buch und links in der Ecke der Anzug, Yusen. Doch, wir können was Neues drucken, David. Ne, doch nicht. Pfeil, Maske, Haken, Flitten. Ne. Und wie es aussieht, die Sachen, die wir beim anderen Drucker reingemacht haben, wenn ich mich nicht irre, sind wir doch weggelaufen vorhin und da waren noch 849 drin. Die sind hier in dem Drucker jetzt auch drin. Okay, also wird das mit dem Drucker übernommen, wenn du kannst. Ja. Schade, ich hätte nur... Hier ist auch ein Laservisier, habt ihr ja. Ne. Ne, oder? Ein Laservisier? Hier bei mir. Auch ein Tisch. Oh, muss ich aber doch eingesteckt haben. Hier wird mir nichts mehr angezeigt. Das ist komisch, wir finden so viele Attachments für Waffen, haben aber noch gar keine Waffe gefunden. Wo soll das sein? Hier war das. Ein Computer. Hier, wo ich stehe, auf dem Ding hier. Oder du hast es schon. Ja, bestimmt. Da ist schon ein Lampel. Super, der hat ja nach Schacht gespielt. Gegen sich selber, oder was? Kann gut sein. Guck mal, und hier stehen andere Feldflaschen drin, ne? Warum wir so uns eine nicht hätten mitnehmen können. Nein, müssen wir selber drucken. Nur, ja, Feuerwerkst, Feuerwerkst, Feuerwerkst. Ja, nein. Hat sich sehr denn schon mal wieder gelohnt hier. Ja, wie viel Wein der gesoffen hat. Gut. Haben wir das auch, würde ich sagen, oder wie? Und wir haben die große Feuerwerkst. Ja, nicer, nicer. Ja, klar, langsam, viel Schaden und hoher Blockwert. Aber geht mit einer Hand. Man braucht nicht beide. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann können wir jetzt ab nach Hause. Oder was? Ja, wir müssen uns nur mehr, und wo will, wo will jetzt immer die Keykarte brauchen? Was ist das noch immer? Ah, wir waren nur in drei Höhlen. Aber, wo das jetzt war? Da, wo der andere Bunker war, denke ich. Achso. Klock, 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 klock. So, aber erstmal ab nach Hause und Pause machen, Alter. Mhm. Nach Hause, Pause. Ich weiß noch nicht mal, in welche Richtung. Einfach auch mir folgen. Ich erinnere mich aber, dass man mit dem Mausrad nichts machen kann. Wundert mich auch. Ich glaube, vorher ging das auch. Aber entweder muss man den Einstellungen noch was umstellen, oder das wird erst noch dazukommen. Was meint ihr denn? Naja, keine Waffen wechseln oder irgendwas mit dem Mausradrost machen zu können. Oh ja. Auch reindrücken mit die Karte, aber nee, auch nicht. Was ist das? Alter. Das ist zu langsam. Alter, ich hab ihm mit der dicken Axt vier, fünf Hits gegeben. Hat nicht gereicht. Gute Gedehung. Ich muss mich weder mit einer Schottern umrotzen. Mit einem Scharfschützengewehren. Nichts mehr pumpt hier übrig bleibt. Schrei mir doch nicht ins Ohr. Ja. Ach, ey. So, rennen wir im Dunkeln nach Hause. Für die Gaming-Pause. Oh, hier ist auch einer. Nee, ist zu schnell. Da müssen wir schon alle drei umzingeln, oder so. Keine Ahnung. Ich brauch einfach einen besseren Bogen. Gibt's nicht. Wir brauchen C4. Ich nehm's einfach eine Bomme an, ne? An den Arsch und der kann auch wegrennen, oder? Bip, bip, bip. Also können wir auf jeden Fall gleich Reku-Dach machen, auf jeden Fall. Ist, glaub ich, ein Elch denn. Aber hier nicht schon vorher wohnt in der Gegend? Ja, da vorne. Oder? Ne, hier links, oder? Wir müssen da immer zu dem kleinen länglichen Fluss. Schade, dass ich von hier hinten nicht die kleinen Fackeln sehe, die ich an unserem Haus angebracht habe. Müsste man von hier eigentlich sehen. Vielleicht sind die ausgegangen. Im ersten Teil war es so, dass die für immer brennender waren. Doch dies ist doch schon eher sehr unlogisch, oder? Unlogisch ist es, da hast du recht. Dann müssen wir, gehen wir nächstes Mal zu dem anderen grünen Poesierenden da, vielleicht kommen wir da diesmal auch weiter. Ja, ich denke mal, dass das so eher so Richtung Nebenhauptmissionen ist, zwischen den Sachen, die man noch selber erkunden kann und so. Ach doch, ein kleines Feuer sehe ich da jetzt. Ja, ich auch. Okay, das ist echt ein bisschen langsamer im Zuhang. Aber es geht noch. Auf die Blocken? Blocken geht aber genauso schnell wie mit einer leichten Waffe, das ist ja schon mal vom Vorteil. Oh, ey, ist ein großes Fisch. Was? Ich habe es, glaube ich, nicht ein einziges Mal getroffen. Oh, nein. Aber ich habe dich schon aufgehoben, oder? Ja. Wir konnten auch noch. Oh, ey. Oh, ja, Mann. Alter, mein Tal ist auch gut voll geworden. Ja. So. Techos inside, brauche ich noch ein bisschen. Achso, hier haben wir noch kein Bett drin, oder was? Nee. Ah, fuck ich gar nicht. Das ist jetzt nicht. Da gucken wir, ob ich sterbe. Ich glaube, ich sterbe wirklich. Muss man das irgendwie ausmachen? Dann kannst du auch runter zum Wasser gehen. Oh, ja, das ist logisch. Gut, ey, ich habe gespeichert. Wird mich jetzt schon mal verabschieden? Jo. Dann hören wir uns in einer Stunde ungefähr. Hm. Ich werde wahrscheinlich schon in einer halben Stunde oder 20 Minuten spätestens hier sein. Ja, das war doch... Nein, ist egal. Na, alles klar. Speichern, ja, da hat er irgendwas noch recht. Speichern, tun wir mal noch mal. Ach nee, wir haben noch gar kein Bett. Doch, draußen haben wir diesen Unterstück. Gut, ich bin, äh, fliebbar, es bis später. Wo denn? Achso. Oh, hier sind zwei Typen noch. Ich hab dir also. Ciao, ciao. Oh, ich bin rot. Oh, na super. Puh. Puh. Oh, Mann, ey. Kann doch nicht sein. Ach, das ist doch ausgedacht. Ach, Mann, ey. Da willst du mal deine Waffe auswählen und dann kommt wieder aus dem Nürnfond. Ja, ne Schnellwahl wär echt Hammer an dem Spiel, Alter. Gibt wir da wieder als Leiste, oder? Gibt's, gibt's. Ja, aber mit G funktioniert das nicht besonders gut. Äh, nee, du musst, ähm, ja, also ich hab mein Inventar auf Tab gelegt. Ja, werde ich, glaub ich, auch machen. Oh, und wenn du Tab gedrückt hältst, bist du Schnellauswahl. Das ist das, warum du Sachen in den Rucksack packen kannst. Hm. Der Rucksack ist deine, wie gesagt, schnelle Auswahl. Nee, auch. Hm? Okay. Na, dann würde ich sagen, weiß ich nicht, wenn ihr früher zurück seid, äh, sagt mir Bescheid. Dann, äh, ich geh jetzt wahrscheinlich nur kurz, äh, nur, äh, ins... In, äh, in die Badewanne, in dem Arcade-Rustrad. Aber, äh... Schwimm nicht zu weit raus. Hab ich vor... Nicht vor. Okay. Gut, Leute, dann sehen wir uns so circa in einer Stunde wieder. Wenn ihr noch Lust habt und weitergucken wollt, liegt hier bei uns in Sons of the Forest. Hey! Und dann danken wir uns auf jeden Fall für zugehauen, für dabei sein, für nachgucken, für abonnieren, für liken, für folgen, für, äh, kommentare, für, für, für alle. Ähm... Däumchen hoch, Däumchen runter, alles wichtig. Ja, bleibt gezündigt. Genau. Bis später. Bis gleich.